Das Shake X30D von Sony ist ein Lautsprechersystem mit starker Audioleistung, das dank seiner zahlreichen Partyfunktionen und erstklassigen Klangqualität auf jeder Party für Stimmung sorgt. Was für eine Party Sie auch feiern, dieses Lautsprechersystem bietet die passenden Funktionen. Sie können das Partygeschehen über die Feastable App lenken und die Musik, die integrierte Lautsprecherbeleuchtung sowie die DJ-Sound-Effekte mit dem Smartphone steuern. Es sind auch ein spezieller Mikrofoneingang und Lautstärkeregler sowie ein HDMI-Ausgang für Karaoke-Sessions vorhanden und es gibt sogar einen Gitarreneingang für die Begleitung beim gemeinsamen Singen. Und wenn der Fiesta-Modus aktiviert ist, stellt der Lautsprecher seinen Klang auf einer Party im Freien um, damit ihre Gäste ihre Party-Playlist auch weit weg vom Lautsprecher noch genießen können. Das Design dieses Systems wurde für ein ultimatives Sound-Erlebnis vollständig überarbeitet. Dank des Drei-Boxen-Designs können Sie zwei Lautsprecher ganz nach Belieben aufstellen, um Ihren Gästen einen wahrhaft atemberaubenden Stereo-Sound zu bieten. Und die Haupteinheit findet dank Ihrem schlanken Design nahezu überall Platz. Des Weiteren können Sie Ihrer Party mit den im Lautsprecher integrierten mehrfarbigen LEDs und weiteren Partylichtern oben auf dem Lautsprecher-Woofer eine authentische Club-Atmosphäre verleihen. Eine Party steht und fällt mit der Soundqualität und dieses System lässt hier keine Wünsche offen. Dank 1200 Watt Leistung und unseren Megabass- und S-Force-Klangtechnologien wird Ihr Musik besser klingen als je zuvor. Und da LDAC unterstützt wird, können Sie Ihre Musik kabellos über Bluetooth oder NFC wiedergeben und eine erstklassige Klangqualität genießen. Wenn die kabellose Wiedergabe keine Option ist, keine Sorge. Es sind auch ein Audio-Eingang, ein USB-Eingang, ein CD-Laufwerk und ein UKW-Radio vorhanden. Um das beeindruckende Shake X30D-Lautsprechersystem mit starker Audioleistung von Sony werden Sie alle Gäste beneiden.